Nächster wichtiger Aspekt bei der Planung von Windparks sind die Schallemissionen beziehungsweise die Schallemissionen, die betrachtet werden. Also wie groß ist der Lautstärkepegel der Windenergieanlage in einem bestimmten Abstand. Dadurch, dass die Anlage natürlich Geräusche produziert. Zum einen durch den Betrieb, aber auch wenn die Rotorflügel am Turm vorbei rauschen, dann gibt es ein Flap-Geräusch, was sich dann auch ausbreitet und in einem entsprechenden Schallgutachten muss nachgewiesen werden, dass in der nächstliegenden Bebauungszone es zu keiner Beeinträchtigung der Umgebung kommt. Das wollen wir jetzt auch noch einmal etwas genauer ansehen, wie das funktioniert. Also das ganze Thema der Schallemission, das heißt der Aussendung des Schalls durch die Windenergieanlage und dann entsprechend die Schallemission. Das heißt also der Lautstärkepegel an einem Ort, in einem Gebäude etc. Also die Richtlinie, die da insbesondere gilt, ist natürlich wieder das Bundesemissionsschutzgesetz zur Vermeidung und Schutz vor einer schädlichen Umwelteinwirkung. Darüber hinaus die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA Lärm. Das sind die beiden Grundlagen. Wir haben das Bundesemissionsschutzgesetz und dann entsprechend die TA Lärm. Das sind die grundlegenden Richtlinien und Gesetze. Was muss jetzt beachtet werden? Wir haben jetzt abhängig von der Gebietsnutzung verschiedene Richtwerte, die wollen wir mal einmal notieren. Also wenn wir jetzt eine Gebietsnutzung haben, da unterscheidet man dann ein Gewerbegebiet. Wir haben ein allgemeines Wohngebiet, als nächstes gibt es dann sogenannte Dorf- oder Mischgebiete. Und am Ende haben wir noch ein reines Wohngebiet. So und da gelten jetzt entsprechende Emissionsrichtwerte. Und diese Emissionsrichtwerte, das heißt also wie groß ist der Pegel am Ort dieser Gebiete. Da wird noch unterschieden in die Tag- und Nacht. Also wir haben die Tag- und Nacht-Emissionen, wobei natürlich bei einem regulären Betrieb einer Windenergieanlage immer die Nachtrichtwerte eingehalten werden müssen. Also beim Gewerbegebiet liegen wir bei 65 dBA und nachts deutlich niedriger. Da sind wir dann bei 50 dBA. Entsprechend geht das dann runter. Also in dem Mischgebiet haben wir dann noch 60. Entsprechend nachts sind wir bei 5,40 dBA. Das heißt, es fällt um weitere 5 dBA. Also die Brücke, das ist eine logarithmische Skala. Bei dem Pegel sind wir bei 55 und dann im Dorfgebiet nachts bei 45 dBA. Und dann haben wir entsprechend tagsüber in einem reinen Wohngebiet. Und das ist dann halt immer die Referenz, die in der Regel eingehalten werden muss, bei 50 dBA tagsüber und 35 dBA nachts. Und das ist schon zu berücksichtigen, dass die Windenergieanlage unter Volllast, das muss man nicht berücksichtigen. Die Windanlage, die jetzt bei 6, 7 m pro Sekunde läuft, nicht unter Volllast, sondern wenn sie unter Volllast läuft, darf der, ist der Richtwert für diese Lärmemissionen, darf maximal 35 dBA betragen. Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, also eine ruhige Unterhaltung. Da sind wir so bei 60 dBA. Das heißt, da sind wir hier in dem Bereich bei einem tagsüber im allgemeinen Wohngebiet. Das heißt, diese Lautstärke, diesen Pegel dürfen wir maximal erreichen. Jetzt in einem Bürogebäude, wenn wir jetzt im Büro sind, sind wir so bei 70 dBA. Bei 60 dBA ist auch schon tatsächlich die Kommunikation leicht beeinträchtigt durch die vielen Geräusche, die man dann noch hat. In der Bibliothek zum Beispiel, wenn es wirklich ruhig ist, leichte Hintergrundgeräusche sind wir bei 25 dBA, sondern die Windenergieanlage mit 35, die liegt so ein bisschen drüber. Also so leichtes Flüstern will ich mal sagen. Dieser Wert, dieser Pegel darf nicht überschritten werden durch die Windenergieanlage. Das ist also die Voraussetzung, so leises Flüstern. Lauter darf die Windenergieanlage am Standort in einem reinen Wohngebiet nicht übertragen oder überschreiten. Was nun passieren muss, ist, dass man ein Schallgutachten machen muss. Das heißt, abhängig von der Art der Windturbine, von der Höhe, von der Topologie, die natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss hat. Die Windenergieanlagen stehen nun mal auf dem Hügel in der Regel. Das heißt, man hat wenig Dämpfung. Wälder, andere Objekte, Bäume dämpfen ein bisschen die Schallausbreitung, auch wenn man jetzt eine stark zerklüftete Typologie hat. Dennoch wird der Schall sehr weit getragen. Und es ist nun nachzuweisen mit einem Schallgutachten, das tatsächlich doch recht aufwendig ist, wie weit trägt sich der Schall. Das können tatsächlich bei einem großen Windpark, also wenn wir uns mal überlegen, wie groß sind da so die Reichweiten, um diese, wenn wir hier diese 35 dBA versuchen mal einzuhalten, da sind wir bei einer einzelnen Anlage. Also wie auch immer unter verschiedenen technischen Voraussetzungen, damit man mal so ein grobes Gefühl bekommt. Also eine einzelne Anlage, um diese 35 dBA einzuhalten. Da sind wir so bei 600 bis 700 Metern Abstand. Ein kleiner Windpark, das heißt so drei, vier Windenergieanlagen. Da haben wir etwas größere Emissionsreichweiten, also bei 1 bis 1,2 Kilometer. Wenn wir jetzt einen großen Windpark haben, haben wir wirklich so um sieben, zehn, vielleicht sogar zwölf Windenergieanlagen stehen, da sind wir so ungefähr bei 1200 bis 1400 Meter Abstand, die man einhalten muss, um diese 35 dBA einzuhalten. Das ist typischerweise noch die größere Reichweite im Vergleich zu dem Schattenwurf. Der Schattenwurf reicht nochmals nicht so weit. Der Grenzwert ist leichter einzuhalten. Das hier ist das größere Problem, um diese 35 dBA entsprechend nachts zu berücksichtigen und dann auch einzuhalten. Was man nun vereinfachend machen kann, also wie gesagt, diese Gutachten sind schon sehr komplex, das sind wirklich schon sehr aufwändige Simulationen, die man da durchführen muss. Aber um so ein erstes Gefühl, eine erste Abschätzung zu bekommen, um den Schallleistungspegel einer Windenergieanlage, wenn man die kennt, dann zu berechnen, wie groß ist der Schalldruckpegel an einem Emissionsort. Da kann man über die DIN ISO 9613 diese Berechnung durchführen. Wie gesagt, die ersetzt jetzt kein Schallgutachten. Aber um schon mal so ein erstes Gefühl über diese Abstände zu bekommen, lässt sich das machen. Das wollen wir uns mal einmal angucken, wie das funktioniert und wie diese Gleichung aussieht. Also die Norm, das ist die DIN ISO 9613-2. Also darüber lässt sich dann der Schalldruck berechnen im Freien. Wie sieht die Gleichung aus? Das ist jetzt nichts, was man auswendig lernt, sondern sich entsprechend dann immer der Norm anguckt. Wir wollen also wissen, wie groß ist der Schalldruckpegel am Emissionsort. Wir schreiben die Form jetzt mal auf und dröseln die jetzt gleich auseinander. Da haben wir einmal natürlich den Schallleistungspegel der Windenergieanlage. Dazu kommt dann noch ein Raumwinkelmaß, abgekürzt mit D Omega. Und dann haben wir dämpfende Größen, die den Pegel reduzieren. Wir haben einmal das Abstandsmaß, abhängig jetzt, was dann mit dem Abstand natürlich von der Windenergieanlage zum Emissionsort ist. Wir haben das Luftabsorptionsmaß. Und die dritte Größe ist dann das sogenannte Bodendämpfungsmaß. Ground, GR, was sich ebenfalls über die ISO 9613-2 empirisch berechnen lässt. Also, gucken wir uns das an. Was haben wir hier? LS, das ist jetzt also der Schalldruckpegel am Emissionsort. Also, das heißt, am Ort, wo wir die Lautstärke dann am Ende berechnen oder messen wollen. Das heißt, das muss jetzt die 35 dBA unterschreiten, wenn wir ein reines Wohngebiet haben. Wir haben LWEA. Das ist jetzt der Schallleistungspegel der Windenergieanlage. Allgemein ist der Schallquelle. Das kann man jetzt auch beziehen auf andere Größen. Aber typischerweise, uns interessiert jetzt ja die Windenergieanlage und da haben wir einen entsprechenden Schalldruckpegel, der im Bereich von etwas über 100-105 dBA liegt. Das ist so die typische Größenordnung, die man da berücksichtigen muss, vielleicht auch so 107, 108. Also, man versucht natürlich diesen Schalldruckpegel zu reduzieren. Aber dennoch, ja, typischerweise kann man jetzt hier rechnen mit so 107 bis 108 dBA. Das ist so der Wert, mit dem man da agieren muss. So, dann haben wir das Raumwinkelmaß dω. Das ist einfach ein fester Wert von 3 dB. Das ist das sogenannte Raumwinkelmaß in den Halbraum. Und dann haben wir jetzt die dämpfenden Faktoren. Das ist also einmal a div, das ist also das Abstandsmaß. Was sich einfach ergibt aus, also a div sind 10 mal der Logarithmus. Und dann haben wir 4πd² und d ist der Abstand zwischen Emissionsquelle und Emissionsort. Dann haben wir das Atmosphären- oder Luftabsorptionsmaß. Das ist 0,002 mal dem Abstand d für eine Frequenz von 50 Hz. Das müssen wir dann auch noch angeben. Das hängt natürlich von der Schallfrequenz ab. Das ist also das Luftabsorptionsmaß. Und dann zum Schluss haben wir noch das Bodendämpfungsmaß. Das natürlich in der Realität deutlich kompliziert ist, weil da die Topologie eine Rolle spielt. Aber auch da kann man jetzt sagen, also für eine mittlere Höhe des Ausbreitungspfads, die brauchen wir jetzt gleich. Hm typischerweise von 50 Metern ist diese Gleichung gegeben. Das ist 4,8 minus und dann haben wir zweimal dieses Höhenmaß dividiert durch den Abstand d. mal und dann haben wir hier 17 plus 300 durch d. Also eine empirische Näherung dieses Bodendämpfungsmaßes. Um mit dieser Gleichung und diesen Größen dann, also jeweils mit dem Abstand, den wir hier haben, den wir hier haben und der hier eine Rolle spielt. Mit der festen Größe Hm von 50 Metern lässt sich dann der Schalldruckpegel am Emissionsort bestimmen. Und dann schon mal grob abschätzen. Also ist die Windanlage ausreichend weit entfernt von einem Objekt oder nicht. Er ersetzt nicht das Schallgutachten, das nochmal sehr aufwändig ist. Aber man hat schon mal so eine erste Größenordnung, um dann weiter zu planen. Also ist es kritisch oder kann man da in die Detailplanung eingehen, wenn man so in der groben Planungsphase noch ist. Was lässt sich machen, wenn nun diese Daten nicht eingehalten werden können? Wenn wir also vorhin jetzt hier diese 35 dBA nicht erreichen. Da gibt es natürlich entsprechende Drosslungskonzepte. Das heißt, dass die Windenergieanlage gar nicht diese hohen Leistungswerte erreichen darf. Gibt es vielleicht irgendwelche Irrelevanzkriterien zu prüfen. Ansonsten muss die Windenergieanlage entsprechend abgeschaltet werden, weil durch das Bundesemissionsschutzgesetz die Vorgabe ist, dass dieser Wert hier nicht überschritten werden darf. Das ist halt ein sehr großer Punkt, der berücksichtigt werden muss bei der Planung. Ein sehr aufwändiger Punkt. Ein weiterer Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion immer noch zum Tragen kommt, aber in der technischen und wissenschaftlichen Diskussion eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, ist das ganze Thema Infraschall. Das ist also der Schall, der mit einer Frequenz die niedriger ist als das hörbare. Das liegt so bei 20 Hertz. Das ist so das, was man gerade noch hört. Die Frage ist immer, wie groß ist dieser Infraschallpegel, der jetzt nicht hörbar ist, aber manche Kreise sagen dann, dass der aber trotzdem gesundheitlich beeinträchtigend ist. Da gibt es nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft keinen Nachweis zu, dass der Infraschall, der von solchen Windenergieanlagen ausgesandt wird, schädlicher ist oder anders wirkt als Infraschall, wie wir ihn aus anderen Situationen kennen. Der Infraschallpegel in einem fahrenden Auto ist deutlich größer. Man hat Infraschall am Meer. Die Wasserwellen senden natürlich auch Infraschall aus, der jetzt nicht als unangenehm empfunden wird. Von daher besteht aus wissenschaftlich-technischer Sicht kein Anlass dazu, dass der Infraschall dieser Windenergieanlagen ein Problem ist. In einem Schallgutachten wird natürlich auch das berücksichtigt. Entscheidend sind halt immer die Vorgaben, die wir haben aus dem Bundesemissionsschutzgesetz und der TA Lärm zur Einhaltung der Grenzwerte. Dazu zählt der komplette Frequenzbereich, der beeinträchtigend sein kann. Dort gilt es einen entsprechenden Nachweis zu führen bei der Planung und bei der Genehmigung eines entsprechenden Windparks. Verstehten Sie noch einmal an den Abschall aufloader��stellen, das dann alles kann wegkommen. Bild Lärm zum Administ-Zykär⁉ WAh haber ¡S公art!